Yo, Leute, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ja, damit auch herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Forest. Das Ganze ist hier vorproduziert, das heißt, ich bin nächste Woche nämlich nicht da, ich muss ein bisschen was vorproduzieren. Das heißt, es könnte auch sein, dass ihr mehrere Folgen The Forest bekommt, ich versuche auch noch andere Spiele rauszufinden, aber das Ganze muss natürlich sein, weil ich ja ein bisschen vorproduzieren muss, weil ich mich auf Klassenfahrt fahre. So, einfach mal zusammengefasst und zwar hatten wir einen Livestream, es war so, dass ich insgesamt drei Livestreams gemacht habe, wer das nicht mitbekommen hat, wirklich alle drei nicht mitbekommen hat, ist überhaupt kein Problem, auf Twitch könnt ihr das Ganze nachgucken, das verlinke ich euch unten auf jeden Fall nochmal in der Videobeschreibung und ihr könnt das Best-of auch nochmal sehen, das ist ein bisschen zusammengefasst, sehr lustige Szenen, also das war auch im Grunde schon der ganze, oder die ganzen Livestreams zusammengefasst. Wir haben so ein paar Sachen gefunden, wir haben zum Beispiel das Katana gefunden, wir haben hier ganz viel Holz gesammelt, wir haben die Bass ein bisschen weiter gemacht, also es ist wirklich sehr, sehr viel passiert und es ist wirklich sehr, sehr cool. Und zwar, Leute, ja, ich hatte eben eine Aufnahme und zwar ist das so ein Problem, dass da die Soundqualität ein bisschen abgesackt war und zwar einfach aus dem Grund, weil eine falsche Audioeinstellung war, fragt mich nicht, warum da eine falsche Einstellung war, es ist immer so gewesen, dachte ich jedenfalls, so wie immer und inzwischen ist alles wieder vernünftig, der Ton müsste jetzt wirklich richtig gut klingen, also auf jeden Fall, ja, so, wie ihr mich einfach kennt, so. Und, äh, wie gesagt, das Problem ist, ich hatte eben eine Aufnahme und da sind mir ein paar Kannibalen entgegengekommen und ich habe ein bisschen Knochenrüstung gemacht, nur, dass ihr auf dem Stand der Dinge seid, es ist nicht wirklich viel passiert, aber es ist was passiert und ich möchte euch gerne informieren. Ja, im Livestream, wie gesagt, haben wir auch ganz viel gemacht, äh, wir haben hier die Wegpunkte gesetzt, einmal, glaube ich, lasst mich kurz, äh, überlegen, da müsste das Flugzeug sein und da das Cockpit, ne, da ist das Flugzeug bei dem lilanen und da ist das Cockpit, das ist ziemlich mittig, äh, das ist ein sehr zentraler Punkt, genauso wie dieses Loch, da werden wir auf jeden Fall auch nochmal hingehen und werden auch nochmal einen Wegpunkt machen und zwar sind das sehr zentrale Punkte, das heißt, wenn man irgendwas sucht oder wie auch immer, kann man auf jeden Fall den Weg wiederfinden und, beziehungsweise man kann von da aus wieder nach Hause finden, obwohl wir hier das Haus auch gekennzeichnet haben. Wir werden noch ein bisschen mehr als nur eine Hütte bauen und deswegen ist das Ganze auch nicht so schlimm, wenn wir es nicht gemakert hätten. So, Leute, ja, hier sind mir die ganzen Kannibalen entgegengekommen, hier haben auch wirklich ganz, ganz viele getötet und was wir auf jeden Fall noch gefunden haben, das war der Top, das ist so gewesen, wie gesagt, die Aufnahme ist leider in einer etwas schlechteren Qualität, als ich dachte und deswegen möchte ich das Ganze nicht hochladen. Ihr wisst selber, wie ich zur Qualität stehe, ich möchte mindestens, mindestens Full HD und einigermaßen Audioqualität, das ist mindestens so, inzwischen habe ich das so, dass ich in 1080p aufnehme und auch in 60 Frames pro Sekunde, das heißt, es ist auf jeden Fall so auf YouTube, dass ihr wirklich Full HD habt und 60 Frames, also 60 Bilder pro Sekunde. Ich habe den Topf nämlich vorhin gefunden, das wollte ich euch mal nicht zeigen, hier den Topf, wenn ich den jetzt nehme, ihr seht, dass der immer wieder rausfällt, ich habe hier nämlich den Topf nämlich schon gefunden, nur dass ihr jetzt aktuell auf dem Stand der Dinge seid und wirklich viel mehr ist auch nicht passiert, also, wie gesagt, wir haben noch Knochenrüstung gemacht, das hat ein bisschen länger gedauert, das ist auch so die hauptsächliche Folge gewesen, ich möchte eigentlich gerne, wenn wir das schaffen, möchte ich die Knochenrüstung eigentlich gerne anziehen und schon mal, ah, wir verhungern, das heißt, wir sollten vielleicht ein bisschen was essen, da essen wir auch was, wir trinken noch ein bisschen was, so, alles ist wieder im grünen Bereich, also richtig top ist das und, ja, eigentlich hatten wir auch noch eine Schildkröte gefangen, genau hier eine Schildkröte für den letzten Teller, den wir noch brauchen, also für den letzten, äh, das letzte Auffangbecken. Was wollte ich heute machen? Genau, ich weiß es eigentlich gar nicht so genau, was ich machen wollte, ich möchte eigentlich gerne so ein bisschen die Map erkunden und wollte auch dieses Loch gerne finden, das heißt, dass wir da auf jeden Fall einen Wegpunkt setzen und dann auch wissen, wo das ist, weil da soll nämlich Timmy drin sein. Inzwischen habe ich in Erfahrung gebracht, dass Timmy noch nicht zu finden ist, also Timmy ist im Spiel drin, das schon, Timmy bekommt man aber nur, wenn man im Grunde Hex verwendet, das heißt, wenn man sich durch eine, durch eine Wand durchglitscht, dann findet man auf jeden Fall Timmy, das heißt, Timmy ist auf jeden Fall vorhanden, ist aber im regulären Spiel noch nicht möglich, ihn zu finden, nur dass er auf dem aktuellen Stand der Dinge sein, es soll aber in zukünftigen Versionen wirklich besser sein. Was auf jeden Fall besser ist, in dieser Version, wir haben ja im Livestream, haben wir ja die Version ausprobiert, die 046, also 046, die haben wir ausprobiert und es sind sehr, sehr viele Sachen neu, also es hat sich wirklich viel verbessert, wirklich richtig, richtig nice ist das und was sich noch verbessert hat, die Kannibalen sind ein bisschen stärker geworden und es sind wesentlich mehr geworden. Alle, die im Livestream drin waren, können das auf jeden Fall bestätigen, es waren wirklich Unmengen an Kannibalen, also es waren Unmengen, es ist unglaublich, ihr seht in dem Best-of, seht ihr eine Szene, wo ich fast am sterben bin und das ist nämlich auch der Grund, kann man da durchgucken, seht ihr das? Guck mal, man sieht den Nebel, das sind zum Beispiel auch so ein paar Bugs, wo man sich dann wieder denkt, yo, alles klar, auf jeden Fall, ja, es ist jetzt so, im Stream, beziehungsweise im Best-of, seht ihr, dass es so gewesen ist, dass ich fast gestorben bin und das einfach aus dem Grund, weil die Kannibalen einfach überhand genommen haben. Einmal sind wir im Livestream gestorben, das heißt, wir haben im Grunde noch ein einziges Leben, das heißt, wenn ich jetzt sterbe, dann ist das wirklich endgültig. Ich möchte natürlich nicht gerne sterben hier, äh, gerade, oh, hier sind ein paar Hütten, mal sehen, was hier ist. Also ich hab mich ein bisschen informiert, äh, wie man am besten die ganzen Kannibalen, äh, töten kann und wie auch immer. Das heißt, ich bin nicht mehr ganz so anfällig für die Kannibalen, ich hab so ein paar Tricks mir auch selber rausgesucht und das funktioniert eigentlich relativ gut und ich möchte gerne dieses Kanickel haben. Bam, so, voll der Tierquäle. Apropos Tierquäler, wir haben über Tierquälerei im Stream gesprochen, wer es, wen es einfach interessiert, einfach mal so und, äh, ja, über Zirkusse, das heißt Tierquälerei im Zirkus sozusagen. Hier, da hinten, seht ihr schon, da ist die Schneelandschaft, da möchte ich aber eigentlich noch gar nicht hin. Hier können wir auch speichern, nur so zur Randinfo. So, wenn wir das Ganze also nicht schaffen sollen, zurückzukommen, können wir da auf jeden Fall speichern und schlafen. Also, was ich machen wollte, da hinten sind auf jeden Fall die Schneeberge, das hab ich euch eben erzählt. Eben, äh, musste ich aufstehen und so ein paar Fliegen töten, weil die mich ziemlich genervt haben. Vielleicht habt ihr die auch in der Cam gesehen, also es kann natürlich sein. Auf jeden Fall hat es mich echt genervt, deswegen musste ich aufstehen. Aber jetzt mal ein anderes Thema, wie gesagt, da hinten ist auf jeden Fall die Schneelandschaft, da gehen wir auf jeden Fall nochmal hin. Weil wir haben nämlich hier, wenn wir in dem Buch gucken, dann haben wir hier, haben wir Schneeschuhe und zwar, hier sind übrigens die Kannibalen, wenn es interessiert. Da, da kann man die Kannibalen sehen. So, auf jeden Fall, wir haben hier nämlich Schneeschuhe und zwar, da, da haben wir Snowshoes und die werden wir auf jeden Fall machen, wenn wir in das Schneegebiet gehen, beziehungsweise wir müssen uns aus verschiedenen Fällen, das heißt, deswegen hab ich euch den Hasen getötet, hier aus den Rabbit, äh, also wir können so Rabbit-Schuhs machen und die halten uns auf jeden Fall warm. Das ist natürlich richtig, richtig nice. Klamotten an sich haben wir, glaub ich, gar nicht so. Wir haben leider nur die Knochenrüstung, jedenfalls hier. Das find ich aber richtig cool, dass hier überhaupt Crafting-Rezepte sind. Wie gesagt, das ist im Grunde wie Minecraft, nur halt für Erwachsene. Ich vergleiche es immer wieder gern damit, weil es ist einfach irgendwie wie Minecraft. Man kann Sachen bauen, natürlich ein bisschen dezenter, das ist klar. Irgendwie nicht Block für Block, man kann noch nicht ganz so kreativ sein. Es ist aber eine Alpha-Version. Stellt euch das mal vor, wirklich in der Beta-Version oder sogar in der Voll-Version. Das ist ja schon in der Alpha-Version richtig geil, das Spiel. Das muss man ja wirklich sagen. In der Alpha-Version ist es schon richtig, richtig cool und das war Minecraft auch. In der Alpha-Version, da hat man schon richtig gerne gespielt. Und auch in der Beta-Version, wirklich, wer noch die alte Minecraft-Version kennt, da wo ihr Schafe zum Beispiel boxen musstet, natürlich als die Schafe eingefügt worden sind. Ganz früher gab es noch gar keine Schafe, nur für die Leute, die wissen wollen, wie Minecraft früher aussah. Es waren, also die erste Version waren zwei Blöcke. Es war Cobblestone und es war Gras. Mehr gab es einfach nicht. Das war so die erste Version und die Welt war auf jeden Fall begrenzt. Das heißt, du bist irgendwann runtergefallen. Das war im Grunde eine Scheibe. So. Sind hier noch irgendwo Kannibalen oder so? Hier ist auf jeden Fall das Loch. Wir haben das Loch gefunden. Richtig, richtig nice Sache. Und ja, ich werde mal einfach gucken. Ich gehe da auf den höchsten Punkt. Das sind eigentlich so die meisten YouTuber auch. Oder allgemein, wenn Leute spielen, auf dem höchsten Punkt da hinten. Das sind die meisten, beziehungsweise da hinten auch. Ich bin gerade mal überlegen, ob wir da hingehen oder da. Ich glaube, wir gehen da hin. Alles klar, hier sind Kannibalen. Habt ihr die eben gehört? Ich möchte denen eigentlich noch gar nicht so richtig begegnen. So, irgendwie. Weil ich bin genug Kannibalen im Stream begegnet. Und das hat mir fürs Erste auf jeden Fall gereicht. Also, wir machen heute auf jeden Fall den Wegpunkt bei diesem Loch. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, eigentlich hätten wir noch die Knochenrüstung geschafft. Und eigentlich haben wir auch den Topf geschafft. Problem dabei ist, ja, wie soll ich sagen, die Togenqualität ist einfach zu schlecht. Ich möchte das Ganze einfach nicht hochladen. Es ist so ein Faktor, dass ich wirklich Qualität auf YouTube bieten möchte. Es ist so, dass ich so viele große, wirklich ein Thema, was ich jetzt zum Beispiel ansteide. Also, es gibt so viele große YouTuber. Die haben das Geld, die haben die Möglichkeit und bieten den größten Scheiß auf YouTube. Wenn man so bedenkt, dass einige YouTuber richtig die Möglichkeit hätten, richtig, richtig, richtig geile Scheiße abzuliefern. Und dann ist das so, dass sie im Grunde die größte Ranzqualität abliefern. Das ist unglaublich. Wenn man zum Beispiel so HollyLP sieht. Der schneidet, der arbeitet zum Beispiel mit Greenscreen abhoch. Greenscreen. Ihr seht hinten schon mal den Bluescreen. So ein bisschen blau. Und ich möchte in der nächsten Zeit auf jeden Fall Greenscreen bzw. Bluescreen einfügen. Das heißt, hinter mir den ganzen Scheiß, der hinter mir ist, den seht ihr nachher gar nicht mehr. Und ja, das heißt, ich werde meine Qualität auch auf jeden Fall steigern. Apropos, was ich sagen wollte. Genau, HollyLP zum Beispiel. Das ist so ein Typ, der wirklich, der hat nicht viele Abos. Der hat jetzt, glaube ich, 300.000 irgendwie so um den Dreh. Das ist nicht viel auf YouTube. Wenn ihr so bedenkt, was Apecrime hat oder wie auch immer. Gut, Apecrime bietet noch Qualität. Der Inhalt der Videos ist nicht ganz so schön, aber die bieten auf jeden Fall noch Qualität. So. Aber jetzt mal davon abgesehen. HollyLP zum Beispiel, der bietet Qualität. Der hat Entertainment. Der ist lustig. Das ist richtig ein cooler Typ. Und dann guckt euch mal so andere YouTuber an. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber ihr kennt so... Erweif zum Beispiel, der es nicht mal auf die Reihe kriegt. Seine Facecam zu beleuchten. Inzwischen hat er es, glaube ich, hingekriegt. Aber ich meine, wie lange war der groß und hat es nicht auf die Reihe bekommen? Ein wenigstens ein bisschen ordentliches Licht in seine Facecam zu bringen. Die war dunkel. Die war schwarz. Du hast ihn einfach gar nicht gesehen. Er hat einfach Licht ausgemacht und hat sich gedacht, so YOLO. Passt schon irgendwie. Wo ich mir denn denke, Alter, du bist größer als ich. Und bietet so eine Ranzqualität. So eine Ranzqualität. Ich meine, ich bin ein kleiner YouTuber und habe trotzdem bessere Qualität als so die manchen größeren YouTuber. Und sowas verstehe ich einfach nicht. Das wäre eigentlich wieder so ein Thema für ein Labervideo. Ich glaube, ich mache sogar ein Labervideo darüber. Weil sowas wie Nebelnik zum Beispiel. Der wurde gepusht. Gut. Aber der macht zwar nicht unbedingt so die besten Videos. In Anführungsstrichen die besten Videos. Aber der hat Entertainment und der beherrscht den Schnitt und auch die Sachen, die er einfügt. Der ist beherrscht da unheimlich gut. Also das ist wirklich ein YouTuber, der es auf jeden Fall verdient hat, groß zu werden. Was ich eigentlich machen wollte, war auf jeden Fall hier so einen Wegpunkt zu setzen. Ich muss mal gucken, wo der ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da war der Wegpunkt so. Ne, da war gar nicht der Wegpunkt. Was erzähle ich für ein Blödsinn. Nein, der Wegpunkt war irgendwo hier in der Nähe. Ich weiß es. Wo ist denn der Weg? Da ist der Wegpunkt. Okay. Wir bauen hier auf jeden Fall einen Wegpunkt hin, dass wir auf jeden Fall wissen, wo wir hin müssen. Das Ganze ist sogar schon gebaut. Und wir machen das Ganze in einer, ja, wie soll ich sagen. Was machen wir für eine Farbe? So. Dann nehmen wir einfach dunkelschwarz. Dunkelschwarz. Okay, Spaß beiseite. Die Leute, die mich im Stream gesehen haben, die wissen wirklich, wie ich richtig drauf bin. Ich mache einen Flachwitz nach den anderen. Also es ist wirklich richtig, richtig lustig teilweise. Und wir haben das Loch gefunden. Das ist richtig, richtig geil. Und ja, ich würde sagen, ich laufe jetzt einfach nach Hause und beende das Video dann. So Leute, ich habe das irgendwie im Dunkeln geschafft, nach Hause zu kommen. Also ich habe ein paar Kannibalen gesehen, aber es war jetzt nicht irgendwie ein großer Kampf oder sonst irgendwas. Deswegen habe ich das Ganze nicht mit reingeschnitten. Ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall richtig viel erreicht. Wir haben den Top, wir haben einen Schildkrötenpanzer für das letzte Auffüllbecken hier. Und zwar genau das. Und das ist fertig. Das ist richtig, richtig nice. Dann haben wir bestimmt noch ein paar Stöcker für das hier. Gut, nur ein Stock, aber ist nicht ganz so schlimm. Dann haben wir eine Knochenrüstung, die wir jetzt sogar angezogen haben, was richtig, richtig nice ist. Und wir haben eigentlich, ja, im Livestream, wie gesagt, das Katana gefunden und so ein paar andere Sachen. Wenn ihr sehen wollt, was im Livestream war, guckt auf jeden Fall unten bei Twitch. Und wenn ihr sehen wollt, also das Ganze nur in Kurzfassung sehen wollt, dann guckt auf jeden Fall auf YouTube das Beste. Vielleicht guckt ihr sogar beides. Auf jeden Fall würde ich sagen, wenn dir das Video gefallen hat, gebt doch einfach mal einen Daumen nach oben. Und wenn du nichts mehr verpassen willst von The Forest oder meinen anderen Videos, dann kannst du hier unten auf jeden Fall abonnieren. Ciao, Leute!